So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit The Division. Lesen Sie mal Kinas Akte. Sie ist hochinteressant. Und wo Emhurst ist, wissen wir auch nicht, oder was er sonst noch auf Lager hat. Okay, da müssen wir hin. Wir machen jetzt mal eine Schnellreise zum Saferaum. Wir gucken uns das doch einfach mal an hier. Wir gucken uns das doch einfach mal an. Haben wir also Munition? Sind wir aufmunitioniert? Irgendwas cooles. Na gut, dann bis später. So. So, so, so. So, so. So, so. So, so. So. So, so. So, so. So. So, so. So, so. So. So, so. und sie auf sich aus da draußen Scheiße, jetzt kommen sie von dort Ich sehe Alconyx Ich sehe Alconyx Hallo, weitere Gegner unterwegs Ich sehe Alconyx Scheiße Oh, ihr dreht die Trainer jetzt richtig durch hier Feinde nähern sich ihrer Position Reikers, es ist Zeit die neuen Spielzeuge auszupacken Komm schon, werf das Ding da hoch Ich habe niemanden getroffen Sehen sie, ob sie bei einem dieser Reikers etwas finden können Komm hoch hier Smartphone Smartphone-Daten GPS-Daten identifiziert Verdammte Smartphones Obwohl man nicht mehr telefonieren kann Tragen die Leute die Dinger immer noch mit sich rum Rhodes hat eine Menge Handymasten wieder online gebracht Vielleicht ist irgendwas nützliches da drauf Bringen sie das Handy zur Operationsbasis Agent Vielleicht kann Rhodes irgendwas herausfinden Er hat ein System zur taktischen Datenanalyse zusammengebastelt Es wird Zeit, dass wir es benutzen Verdammt Wir haben den Reikers Freer zugesetzt Und den anderen Fraktionen auch Ich wusste, dass sie sich rächen würden Ich hab bloß gedacht, wir würden sie kommen sehen Das war ganz schön nervenaufreibend, also Lieber Scholli Das war ganz schön nervenaufreibend, also Lieber Scholli Das war sehr nett von ihnen Und wenn schon Es spielt eh keine Rolle mehr, wohin wir gehen Ooh 2 In 1 1 1 1 Ich nehme, was ich kriegen kann, solange es geht. Was das wohl sein mag? Sammel doch mal die Leichen hier ein, ehrlich, hier ist doch alles safe. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Ich bete für Sie. Ich wünschte, ich könnte selbst daraus. Sie verpassen was. Glaubst du, wir werden nochmal so viel Spaß haben? Weißt du noch, wie besoffen du warst? Weißt du, du meinst, wie besoffen du warst? Ja, wir waren beide blau. Das fehlt mir. Blau sein? Das fehlt mir. Ich wollte aber so blau sein, dass ich kaum alles rausbrachte. Wow. Und du bist mir auf die Füße gelacht. Das gibt ordentlich Geld. Das ist ein Schiff, das ist es. Das ist ein Schiff. Ja, ja, ja. Leider sind uns die Einkaufstüten ausgegangen. Gucken wir mal. Hey, man glaubt's nur, wenn man's sieht. Aufklärungsdaten. Was muss man hier machen? Gut, melden Sie sich im taktischen Operationszentrum, das Rhodes eingerichtet hat. Was passiert denn jetzt hier? Oh mein Gott. Irgendwas komisches. Okay, tschüss. Ja, ja. Oh Gott, die sind sogar Menschen. Oh, die sind, glaub ich, stärker als ich. Das ist die OP-Station. Hübsch und glänzend. Sie hilft uns, unsere Prioritäten zu planen. Auf dem Smartphone von diesem Riker ist ein GPS-Fragment, also wissen wir, wo sie herkamen. Und es überrascht mich nicht, dass dieses Gesindel aus der Kanalisation gekrochen kam. Kann ich das nicht alleine machen? Ja. 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 Ja, ja. Die Operation konfiguriert. Die Schwierigkeiten, ihre LP-Belohnung erfolge, Operation preizuschalten. Warnung, im taktischen Operationenzentrum gelten Protokolle zur Handhabung von Informationen. Die Standardmaßnahmen zur Datensicherheit sind zu befolgen. Alle Ziele sind gerade alle technischen Geschlechter. Ich habe die Erklärung. 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 Und nur? Muss ich jetzt? Ich kann das alleine machen. Ja. Okay. Aha. Das Gute an unserer Operationsbasis hier ist, dass es direkt unter unseren Füßen ein riesiges Schienennetz gibt. Ich habe endlich ein paar Wageneinsatz bereit, die Sie als Transportmittel nutzen können. Gute Arbeit meinerseits, wenn ich das so sagen darf. Mal gucken, was das wird, ne? Die Kärle sind sie dabei. Die Kärle sind deutlich, wenn es nicht so schwer wird. Will ich auf dem Rumpf Deskazieren kommt? Die Kärle sind dabei ganz hoch! Vor allem, die Kärle sind dabei. Was ich schon hatte? Schlag ihn über die Kärle ist. Sie nähern sich dem Standort der Rikers, Agent, und verlassen unsere Funkreichweite. Je weiter Sie gehen, desto schwerer wird es für uns, Sie zu orten. Viel Glück da drin. Gott, Gott, Gott. Was ist das? Ich habe eine richtige Entscheidung getroffen, in der Gruppe stehen die Chancen besser, aber es war ja so dunkel, es hat gestunken, und überall Wände. Ich kann so nicht leben, wie eine Schnecke in ihrem Haus. Aber wisst ihr was? Heute scheint die Sonne, wie ein alter Freund, der mir sagt, dass ich das Richtige getan habe. Ich habe eine Stunde in der Sonne gesessen. Vielleicht hole ich mir ja einen Sonnenbrand. Wenn ich ohnehin nicht mehr viel Zeit habe, was macht das schon? Und wer weiß, vielleicht eines Tages höre ich wieder den Verkehr. Mmh. Hm. Danke. Ich bin in der Nähe. Störgerät aktiv. Verlassen, betroffenes Gebiet. Ich bin in der Nähe. Okay, ich muss mal so ein bisschen rumforschen. Ich bin in der Nähe. 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 Hinten hat er was zum Anziehen verloren. Ich bin in der Nähe. 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 Die Disco. Wofür hast du gesessen? Du traust mir wohl nicht. Fuck nein, ich trau dir nicht. Mir gefällt dein Angebot, aber ich weiß auch, dass keiner was zu verschenken hat. Kein Haken. Es ist nur, dass die Welt sich komplett verändert hat. Und wir alle müssen neue Freunde finden. Viel Spaß damit. Warnung! Es wurden Gegner entdeckt. Die Enden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Objekt geartet Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh my god Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Cool Untertitelung des ZDF, 2020 Ach Mensch, sehen hier noch Tagebücher rum? No? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Haben Sie die Rikers erwischt? Nicht als Routine für Sie, was? Ich spreche mit Faye, damit ein Team die Waffen abholt, nachdem sie die Party gesprengt haben. Laut dem Audio-Log war das mit der Quarantänestation ein organisierter Schlag gegen uns. Das könnte ein ernstes Problem sein. Mal sehen, was Ihr kleines SHD-Update aufgeschnappt hat. Regemäßige Einsätze haben es uns ermöglicht, Straßensperren einzurichten, damit Agenten nicht mehr zum taktischen Operationszentrum zurück müssen, wenn sie außer Gefecht sind. Okay, cool. Berichte von Jägern, die sich im Untergrund herumtreiben, wurden bestätigt, sie zu finden wird nicht leicht, aber die exotischen Belohnungen sind das Risiko wert. Cool. Wochenaufträge sind nur im Untergrund verfügbar und werden mit exotischen Objekten belohnt. Außerdem stehen neue Tagesoperationen zur Verfügung, die es den Agenten ermöglichen, experimentelle Tech-Direktive auszuprobieren. Tja, wenn ich die Daten richtig interpretiere, und das tue ich immer, dann stecken wir tief in der Scheiße. Unterhalb von Manhattan laufen mehr Leute herum, als ich es für möglich gehalten hätte. Die sind schlimmer als Kakerlaken. Sie müssen wieder da raus und mehr Daten sammeln. Das Operationszentrum steht zu Ihrer Verfügung, Agent. Aber wir brauchen mehr taktische Informationen. Kein Omelette ohne Eier und so, Sie wissen schon. Alles, was Sie herausfinden und jede Bedrohung, die Sie da unten erledigen, macht uns sicherer. Agent, die Daten, die Sie gesammelt haben, sind verdammt aufschlussreich. Da verstecken sich eine Menge Leute in den Tunneln und glauben, niemand würde sie finden. Und Sie haben eine Menge Geheimnisse, genau wie ihr die Vision-Typen. Aber wenn Sie mir weiter Infos beschaffen, kommen wir schon noch dahinter. Direktive nutzen die Direktive Aufklärungsdaten für Portion und eine höhere IP-Portion. So, bitte. So, bitte. So, bitte. Cool, cool. Aber wir gehen jetzt erst mal hier raus. Geil. Wo ist ein Händler? Sie wissen, dann haben Sie schon was im Blick. Uiuiui. Kostet viel weniger als oben. Oder? Status im taktischen Operationszentrum ist grün. Alle Systeme in Betrieb. So, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen demnächst weiter mit 100%-Spiel. Bis bald. Boah. Boah.